Deswegen schau mal, wie es auch morgen ist. Und dann wird tendenziell verlängert. Ich muss nur noch gucken, ob wir es machen mit einer Minute pro Sub oder mit 60 Sekunden pro Sub. Das ist noch die Frage. Ach so, also es soll... Hast du gerade eine Minute oder 60 Sekunden gesagt? 30 Sekunden. Eine Minute oder 30 Sekunden. Ich habe gerade gewartet, ob da noch eine Pointe kommt. Nein, 30 Sekunden oder 60 Sekunden. Bis wir so safe geclippt werden.